Superman! Ich kann fliegen! Du kannst doch nicht fliegen! Na klar kann ich fliegen! Ich beweise es dir! Entschuldigen Sie, können Sie mir kurz einen Gefallen tun? Sie müssten nur einmal ganz kurz was filmen. Ja, ich filme. Ja, Sie filmen was. Ja, gut. Dann kommen Sie mal ganz kurz hier mit rüber. Wir drehen so einen kleinen Clip für meinen Chef. So, Superman, passen Sie auf, Sie stellen sich hier hin, wo ich stehe, und filme einmal hier oben aufs Gebäude. Ich gehe jetzt gleich hoch und winke einmal von oben. Ah ja. Ja? Gut. Einfach hinhalten. Dankeschön. Gut. So. Hallo! Ja? Ah, mir kommt da eine Idee. Was halten Sie denn davon, wenn ich dort drüben rüberfliege, auf die andere Seite? Ich bin doch schließlich Superman! So, jetzt fliege ich da rüber. Ja, er hat bei dir gesagt, er springt jetzt. Wo springt der denn? Springt der etwa runter? Ich bin doch nicht bescheuert. Unser Superman hat nämlich einen Doppelgänger. Achtung! Ich komme! Hier kommt Doppelgänger Nummer 1. Und auf dem gegenüberliegenden Dach wartet schon Nummer 2. Sein Zwillingsbruder, auch im Superman-Strampler. Haben Sie das gesehen? Ich bin geflogen hier. Sekunde, Sekunde, ich komme nachher wieder runter. Moment. Ich glaube, der war... Ja, ich weiß nicht, ob der jetzt drauf ist. Sie halten das Ding immer noch in der Hand. Haben Sie es drauf? Ob das geklappt hat, weiß ich nicht. Ich habe... Das müssen wir... Haben Sie es denn gesehen, wie geflogen wir sind? Ja, das habe ich. Ja, das muss ich nicht. Na, da oben hockt er. Jawohl, ich bin geflogen. Ich bin Superman. Komm sofort runter. Jetzt hat er da oben gewohnt. Haben Sie es drauf? Ja, ja. Das waren noch bestimmte 15 Meter, die ich da... Eigentlich wollte ich auch das holen, aber dann bin ich vom Wind so ein bisschen rüber. Haben Sie sowas schon mal gesehen? Nee. Was finden Sie eigentlich auch nur in der Fernsehsendung? Verstehen Sie Spaß? Da sind Sie gerade mittendrin. Hier, da vorne haben wir eine Kamera drin. Und hier vorne, wenn Sie da noch mal hingucken, da haben wir auch noch eine Kamera. Dann können Sie einmal reinwinken. Komm, einmal winken. Ja.